willkommen zurück zu einer weiteren folge one block hier live aus dem himmel naja live nicht ganz aber ja das letzte mal sind wir durch den ozean geballert und dieses mal geht es weiter und wir suchen die laba wir hoffen dass lava irgendwann mal wieder zu sehen ist dass wir hier einfach mal größer bauen können deswegen würde ich sagen nicht lang schnacken kopp in nacken ab jetzt möchte mich auf jeden fall entschuldigen dass letzte woche keine folge erschienen ist aber ich war leider krank deswegen gibt es eine leichte verzögerung aber ich hoffe dass wir das jetzt wieder gemütlich hinkriegen dass ihr einfach ja nichts verpasst oder wieder jede woche eine folge genießen könnt und lecker essen deswegen ja lassen wir uns einfach überraschen was jetzt alles so auf uns zukommt gold habe ich gerade gesehen dungelholz es wird auf jeden fall interessant daher lasst uns los kloppen ein vögelchen so schauen wir mal ob wir und zwei sogar da kommen na komm danke schön so vielleicht nicht der beste platz aber genau hier mal darüber und setzt sich hin wo ist brav reisen haben wir kämpfen das mal einschmelzen werden wir auf das eisen warten einfach mal gerne die zeit nutzen ihr dürft gerne abonnieren kommentieren gerne die glocke aktivieren das wäre sehr nice würden mir super helfen und ihr würdet keine weitere folge verpassen der vorteil ist dadurch dass hier zu viel stein rauskommt können wir die base auf jeden fall ein stück erweitern oh nice freue ich mich schon sehr auch nö pixies muss das denn sein tschüssi braucht kein mensch paper schön wenn wir uns briefe schreiben total nützlich was eigentlich nicht aber was soll man denn da schön ist so aus wie ein kornblock das heißt bei der nächsten mob invasion wenn man schon mal darauf freuen werden ganz viele pixies erscheinen ich freue mich jetzt schon tierisch das heißt für uns wir müssen auf jeden fall rüstung bauen gut dann brauchen wir nur noch helm und hose 24 braucht man für eine komplette ausrüstung bin leider immer noch ein bisschen angeschlagen deswegen kann es sein dass wir in der aufnahme ab und zu mal ein hüsterchen dazwischen kommt ich wollte mich dafür entschuldigen aber wir werden gucken um lapis und springen das ist also ich werde schauen dass ich das aus der aufnahme ist so gut wie es geht raus bekomme ja natürlich sein dass es dazwischen rutscht deswegen vorfeld entschuldigung dafür das ging aber schnell zwei jahre zu lot laufen auch hier rum das heißt wir müssen auf jeden fall die insel ausbauen okay das gefällt mir gar nicht ach redstone ich dachte schon ich habe gedacht das ist irgendwie verwunschen und gleich kommt ein boss und alles mögliche aber redstone ist natürlich mega geil aber mal gucken ob man vielleicht das eine oder andere automatisieren könnten ein panda aber kein bambus muss leider drin bleiben da können wir doch ein bisschen was schaffen könnte endlich mal versuchen hier ein bisschen hoch zu bauen auf blog slap stonekater aber hier machen wir slap okay und jetzt würde ich gerne fünf nach hinten gehen die mittleren drei würde ich dann gerne irgendwann austauschen in clean zone einfach um den weg ein bisschen schön zu gestalten das ziehen wir jetzt quasi kreisrund einfach mal um die insel rum so ein bisschen kurve reinzukriegen zumindest optisch 211 ja das macht doch sinn so jetzt kommt der test wenn wir diesen blöck hier setzen ist der in der luft perfekt und hier würde ich dann wirklich mit baumstämmen einfach das ganze hoch ziehen dann ist das runterfalls hier und dann entrenten wir das ganze genau und fackel obendrauf dann sieht das gleich bisschen schöner aus und wir haben auf jeden fall genug licht und dieses leichte grüne hier in der in weizen davor ist kann man es nicht entrenten das macht das ganze gleich ein bisschen natürlicher deswegen passt es so schön hier in so ein feld finde ich jetzt machen wir noch eine schöne ausleuchtung etwas passendere würde ich sagen deswegen würde ich sagen hier in die mitte in die mitte hier in die mitte ist da auf jeden fall schon mal genug licht dann muss ich jetzt habe hier außen eine und hier aus meine hier können wir jetzt auch langsam mit erde aufhören und wenn wir jetzt dann noch genug material haben können wenn wir die auskleidung ein bisschen schöner machen mit laternen mit ja sagen schon laternen dafür brauchen einfach deutlich mehr eisen aber das eisen brauchen jetzt erstmal für rüstung weil die mobs werden anscheinend immer gemein ja und schon haben wir das erste viertel ausgelegt schauen wir mal wie viel dirt wir noch haben dass wir hier noch zu machen kann ja ausleuchten sollten wir schon die ecke mach mal hier eine rein kann man die hier weg machen dann ist hier auf jeden fall genug licht und dann sieht das ganze doch gleich ein bisschen freundlich aus ja hat was und die water source sollten wir auf jeden fall ja hier oben ich weiß nicht die muss auf jeden fall weg die sieht hier nicht gut aus aber wir gucken mal ja hexen braucht ja kein mensch ähm green die hot spawn egg ok nehmen wir schon spawner warum nicht kookabin so das tun wir uns mal auf die seite und blumen dritten ja es war ja muttertag das ist dann bald fördert auch ist auch so ein sinnvoller tag eigentlich braucht man den nicht um seinen eltern zu sagen dass man sie gern hat aber gut wenn die gesellschaft das so möchte ich finde diesen tag relativ sinnfrei aber ihr dürft gerne mal in die kommentare schreiben was die davon haltet findet ihr dies tage wichtig also sagt es muss diesen tag geben um wenigstens da war es so richtig zu sagen ich bin froh dass es sich gibt oder pferde ja ich habe keine leinen nein daher oder ihr sagt so auch nicht weil ich kann meine eltern auch so sagen es ist geil dass es sich gibt bin froh dass es sich gibt schön dass du da bist und jetzt kriegen wir noch ein bisschen aquatik zeug ach kommt was wollt denn ihr jetzt im panda würde ich gerne behalten an möglichkeit sand nehme ich auch gerne ein bisschen glas in der hoffnung kriegen irgendwann vielleicht ihn ach nö bitte nicht ach gott ich höre mir mal unterstützung hol mal mit so Ah, wir holen die. Das habt ihr fein gemacht. Nein, da. Spinnen bei Tag ist cool. So. Na, komm. Komm her. Was ist fein gemacht? Du auch orientierungslos und Spaß dabei? Jetzt hat er mich gesehen. Warst du es oder kommt er nochmal? Tschüssi. Die Axt ist bald durch. Ich höre dich. Passt du mal mit auf. Und du fein gemacht. Oder auch nicht. Nein. Ich glaube, er ist in den Tod gesprungen. Ja. Fell out of world. Ach Gott. Er hat sein Leben geopfert. Er hat sich für uns geopfert. Er hat sich für uns geopfert. Es gibt schon wieder Musik. Und schon wieder ein Buch. Und Papier und Federn. Sollen wir Tagebuch führen? Und hier ist es. Wir können uns bald einen Ding machen. Einen verzauberten Tisch. Wenn wir irgendwann Obsidian hätten. Aber die Chancen stehen gut. noch eine leine weiß und sugarcane endlich können wir schütteln dann kann man hier das schulke hinsetzen und kann das wachsen dann sieht es doch auch schön aus noch ein panda schön aber kein bambus hoffe dass wir noch bambus kriegen ich hasse dieses geräusch rabbit ein bisschen koralle und ein apfel ein apfel ist ganz wichtig okay wir kommen ganz viel kakao an pflanzen und schon mal wir jetzt nicht sagen hilfreich aber immer interessant natürlich was leckeres zu trinken was machen können also apropos was leckeres daraus trinken nicht vergessen auf der anderen playlist findest du minecraft trade da können wir zum beispiel kakao herstellen und daher auch gerne mal da reinschauen und die nächsten box sind auch schon in der pipeline wenn wir jetzt mit blog durch sind irgendwann was ziemlich bald der fall sein sollte habe ich schon das nächste projekt in der planung wird auf jeden fall lustig und daher freut euch es wird sehr viel minecraft projekte geben vor allem hier auf youtube und vor allem minecraft ist einfach ein spiel was mir persönlich sehr viel spaß macht und die mod packs geben halt einfach so viel möglichkeiten das ist einfach interessant ist da überall mal reinzuschauen und gerade minecraft von der last halt irgendwann durchgelutscht deswegen sind die mod packs immer eine angenehme abwechslung vielleicht wird es auch das ein oder andere projekt mal in der server version geben da muss ich aber noch schauen wie wir dadurch sicherheitseinrichtungen machen weil ich möchte keine griefer dann auf dem server haben irgendwelche leute die meinen sie müssen das ganze projekt sabotieren aber da gibt es ja möglichkeiten da bin ich jetzt gerade dran mich ein bisschen und ich zu machen was der beste schutz wäre und dann können wir vielleicht auch mal gemeinschaft projekte machen da drin wird es langsam voll bambus endlich so ruft die sie müssen wir da aufstehen ich brauche den platz pandas sind echt faule tiere wenn ich das muss sagen darf das sieht immer so niedlich aus so wird schon mal ein baby panda sehen es ist einfach zu niedlich so wie viel zauern haben wir noch einiges passiert hatte mal angst dass man viel zu wenig progress schafft in einer folge aber doch so einiges ist passiert wir haben die insel ein bisschen vergrößert was wir noch machen können zumindest haben wir es bald genug material ich hoffe aber immer noch auf dem aber stone generator das würde das ganze halt einfach vereinfachen dann können wir mal eine schöne folge machen wo wir einfach alles ausbauen wir haben neue tierchen leider eins verloren ich bin das andere modpack gewohnt wo man einfach drüber zieht und dann ist das ganze drin aber an bus ist natürlich jetzt auch ein geiles baumaterial und dann gucken aber ich glaube ja wir sind schon wieder durch wahnsinn gefühlt ging dass dieses mal viel zu schnell 5 4 3 2 1 und red desert kommt als nächstes bin gespannt ich bin sehr 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 gespannt und hoffe darauf dass da irgendwas geiles büro kommt ja wir können könnten den ring noch ein bisschen ausbauen oder wir warten auf lava und machen dann der ausbau folge müssen auf jeden fall demnächst mal umziehen also hier das mal frei machen und das also mal ein bisschen nach oben dann könnte man die pandas nach unten stellen müssten das immer noch mit erde aufschütten die erde haben wir jetzt eigentlich noch fast ein stack das reicht auf jeden fall um hier aufzufüllen dann können wir nämlich die pandas hier runter tun können das ganze mit bambus ein bisschen auskleiden und die pandas dann da reinhocken das wäre eigentlich ganz schön und dann könnten wir quasi der hochziehen und uns langsam mal gedanken machen wo denn unsere häuschen stehen soll oder ob das eine art burg wird da bin ich mal sehr gespannt auch passieren die kommentare schreibt und daher würde ich das ausbauen erst einmal noch beschieben aber wir würden jetzt einfach mal schnell mit dirt auslegen dann kann das bis zur nächsten folge hier alles grün werden dann können wir die pandas reinsetzen ein bisschen dschungel mäßig da können wir noch ein bisschen dschungelbaum auch mit reinsetzen ich denke das kann man bisschen süß machen dass ich die pandas hier ein bisschen heimisch vorhin und uns fehlt immer noch dort ich dachte wir haben genug aber nein ein bisschen fehlt noch das ist so der gedanke hier den ring außenrum zu ziehen einmal komplett rum das wird dann so trichterförmig das ganze bauen vielleicht könnten wir auch die farmen dann eins hochziehen und das unten als als born island lassen immer mal schauen also die tiere würde ich gerne auf jeden fall raus machen auch für den fall ich weiß nicht was für mobs noch kommen oder lassen mal ein raid oder irgendwas passieren das sind die ganze tiere tot das wäre jetzt nicht so toll deswegen da war da auf jeden fall noch ein bisschen was ändern wenn ihr die folge gefallen hat gerne aus herzchen drücken bzw auf dem like button gerne abonnieren gerne glocke aktivieren dann verpasst du auch nichts mehr und ja dann sage ich bis nächste woche ihr von bonnblog ciao